Billa, guter Abschluss! Traumtor! Nicole Billa, Fassenschuss! Nicole Billa, DSG Hoffenheim, Sturm. Ich habe deutlich mehr Tore geschossen als in den letzten Jahren, aber das kommt auch davon, dass unser Team sich stetig weiterentwickelt hat. Ganz offiziell jetzt also die Auszeichnung zur Spielerin des Jahres für Nicole Billa. Ich habe zu denen gesagt, wenn ich könnte, würde ich am liebsten jedem davon einen Teil geben, weil Stürme steht natürlich umso glücklicher da, wenn die Mitspieler die Bälle auch bringen. Wir sind quasi in den letzten fünf, sechs Jahren zusammengewachsen. Natürlich gibt es immer wieder mal Veränderungen, aber die sind natürlich im Fußball auch logisch. Aber so der Großteil spielt einfach seit Jahren zusammen und das merkt man dann einfach mit der Zeit, dass die Entwicklung vorangeht. Nicole Billa, Hoffenheim dreht dieses Spiel! Ein perfekter Konter der DSG Hoffenheim! Ja, das ist eine große Ehre für mein Land zu spielen. Also ich freue mich immer, wenn ich dort hinreisen darf und wenn es Spiele gibt, da was um sehr, sehr viel geht. Also ich muss sagen, ich spiele auch gerne gegen die Genie, gegen Frankfurt, weil wir uns einfach auch sehr, sehr gut kennen. Und das ist dann schon cool, wenn man dann mal den einen oder anderen Bein an ihr vorbeilegt und davonziehen kann. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.